Ich begrüsse mich herzlich und freue mich, an dieser Stelle einen kurzen Einblick in den Alltag unserer Firma anzugeben. Im Laufe des Jahres sind fünf Kernteams entstanden, die die Kultur der Firma und die gemeinsame Arbeit massgeblich prägen. Ein Leben unter Kisten, in der Technik mit Kabel und allem drum und dran. Sie stellen uns auch eine sehr gute Infrastruktur zur Verfügung, nicht nur für Kunden, sondern auch für uns selber. Das Infrastrukturteam ist immer on the road. Die Entwickler arbeiten im stillen Kämmerli. Das sind v.a. die Hardcore-Programmierer der FIVE Informatik, die eures Fore Insurance entwickeln. Das ist die Denkfabrik der FIVE. Das Taxer ist ein Team, das mit Abstand den meisten Werbematerial braucht. Wir sind fast nie im Büro, sind viel unterwegs. Wir sind viel, viel am Telefonieren, manchmal schon sehr laut. Das Taxer-Team bietet Online-Schulungen an, wo die Kunden die Möglichkeit haben, direkt von ihrem Arbeitsplatz aus daran teilzunehmen. Eines der wichtigen Ziel des DMS-Team ist sicher, das Büro ihrer Kunden von unnötigen Papierbergen zu befreien. Das sind die stillen Schaffer, die sind wirklich voll bei der Arbeit. Sie versuchen alles zu automatisieren, sie bauen schlanke Lösungen. Wenn sie irgendetwas Gesetze verbessern, dann schlägt ihnen ein Herz höher. Bei diesem Team muss ich auch die Zahl setzen. Sie haben natürlich sehr viel mit vertraulichen Informationen zu tun, sehr exakter als alle anderen. Sie stellen unser System zur Verfügung für externe Firmen, für ihre Buchhaltung, für ihr Management. Ich hoffe, wir können eine Einblick geben in die Vielfältigkeit von unserem Team. Es würde uns freuen, wenn wir uns nochmal persönlich bei uns begrüssen könnten.